Was ist hier los? Was ist hier los? Guten Tag! Wie geht es Ihnen so? Eigentlich ist es okay. Schönen guten Tag meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video dieser Firma. Dieses Gebäude kennen wir so. Den kennen wir auch so. Der sieht eigentlich immer genauso aus. Das Einzige, was sich verändert, er wird immer mehr ein Buddha. Das war gemein. Wieso? Schon, ne? Das bringt Glück. Deswegen wollte ich da hinten. Und Fabian hat nur gemerkt, dass es ihm Glück bringt. Deswegen hat er sich auch so ein Ding angebaut. Buddha Bros. Wie Buddha Bros. Also, das sieht alles so aus wie immer hier. Und Flo sieht aus wie immer. Ich habe ein ungebügeltes Hemd, wie immer. Alles ist wie immer. Und das hier, alles ist wie immer, ne? Zutritt, strengstens verboten. Wenn man hier rein ruft, sieht das einfach aus wie immer. Siehst du? Alles ist wie immer. Man macht zu. Das ist eine normale Tür. Man macht einfach auf und es sieht immer noch aus wie immer, ne? So. Willst du? Ja. Und pass auf. Schreibt euch vor die Tür. Hand muss auf die Tür klinkeln. Und ihr macht so. Schreibt euch vor. Was schreibt euch vor. Hallo, willkommen in der neuen Werkstatt. Ich denke, der Porn war sehr, sehr gut. Wir haben wirklich eine Menge Aufwand gemacht. Ich bin sehr glücklich, ich bin sehr aus dem Häuschen. Und ich kann mir auch forschen für einen Zuschauer, der jeden Tag guckt. Jetzt mal ohne Scheiß, glaube ich, ist das echt geil. Das ist ein Riesenunterschied. Nee, nicht nur das, sondern jetzt beginnt die neue Ära. Jetzt beginnt die neue Zeit. Was ich ganz klar vorab sagen muss, wir kriegen auch das sehr dreckig. Wir sind trotzdem genau die gleichen Jungs, wo wir drin standen. Ich habe mir jetzt so ausgedacht, wie das aussehen soll. Und ich habe nie gedacht, dass das so äthiopetete aussieht. So schickimicki-witchy-boy. Das ist schon fast zu schade, jetzt muss ich verarbeiten. Ja, ganz genau. Und ich glaube, man denkt sich so, jetzt machen sie nur noch Lamborghini oder was. Nein, überhaupt alles gleich wie vorher. Wir wollten es halt nur einmal neu, einmal frisch machen. Die Stimmung ist sehr geil, alle freuen sich doll. Werkzeug neu, alles neu, alles sauber, alles geil. Und der Platz ist geil, die Staumöglichkeiten sind krass. Hier gleich kommt noch ein Teil von dem Video, wo wir mit den Leuten reden beim Aufbau. Weil jetzt sehen wir es ja einmal komplett fertig. Ich muss mich ganz klar bedanken bei Sonic. Ich muss mich auf jeden Fall bedanken bei Twimbush. Wirklich mega Service, krass. Also wirklich geil. Weil wir haben das jetzt alles in 14 Tagen gemacht. Und Armando und ich sind auf jeden Fall, ab heute sind wir die Beton-Buddies. Beton-Buddies und Streich-Buddies. Denn wir haben wirklich alles, alles, alles selbst gemacht. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war auch sehr anstrengend. Ich habe mir auch echt einmal den Rücken voll verballert, wegen diesen Betonsäcken. Aber jede Sekunde hat sich gelohnt. Für mich, ihr müsst euch überlegen, ich mache es jetzt schon ein paar Jahre. Also vielleicht könnt ihr das Video nicht ganz so verstehen, aber für mich ist es voll geil. Weil für mich war immer klar, wenn wir hier drehen, wie viel Platz so hier ist. Siehst du das? Ja, das ist schon ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Alles. Es ist viel mehr Platz, viel mehr Raum. Und das haben wir jetzt alles in 14 Tagen gemacht. Gar ist das gerade. Kannst du dein Highlight, was die größte Veränderung als außeroptisch? Licht. Licht. Boden. Ganz klar, die Schränke. Wie viele Staumöglichkeiten wir jetzt haben. Ist einfach komplett verrückt. Wir können alles separat, jetzt lagern und haben ohne Ende Raum frei. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Ja, guck dir das mal an. Da ist viel Platz. Und wir haben schon sehr viel wieder eingeräumt. Weil wir haben ja vorher, haben wir diese Werkstatt gemacht mit zusammengeschreinerten, mit Holzplatten und willig den billigsten Dingern zusammengebaut. Und das hat mir auch gefallen, weil das haben wir alles selbst gemacht. Aber wir sind da irgendwie rausgewachsen. Ich habe mir so wirklich, das war wirklich so eine Kurzschlussreaktion bei mir. Wir waren in der Werkstatt und ich habe mir gedacht, die gucken sich das die ganze Zeit so an. Lass uns das neu machen. Und heute ist das Datum, wo das alles anders aussieht ab heute. Und hier kommt auch mehr Leben rein. Klar, jetzt sieht es wirklich aus wie so ein Formel-1-Ding. Ich weiß mehr in mehreren von diesen Werkstätten, aber das sieht wirklich jetzt aus wie pur Motorsport. Die haben zwei Autos, die betreuen und haben diesen Raum. Wir machen natürlich alles wie vorher. Die Kunden arbeiten. Und Käpt'n Karos, Sebastian, hat jetzt auch seinen eigenen Arbeitsplatz, wo er seine Pappberge bauen kann, bis zum Umfallen. Dann haben wir die hier, auch ein Highlight. Wir haben jetzt so eine richtige Hebebühne. Also so eine Auffahrbühne. Weil das Problem mit diesem ganzen tiefen Autos ist jetzt auch weg. Wir werden noch nie ein Auto draufgestellt, ne? Sollen wir machen? Wir hatten ja immer diese Riesenbühne da hinten, diese Viersäulenbühne. Die war sehr groß, die war sehr üppig, die war sehr klotzig. Drauffahren mit tiefen Autos war doof, alles war doof. Und auf der tiefen Seite des Gebäudes, ne? Die Halle ist ja schick. Und das machen wir jetzt mal hier. Wir brauchen sie nicht ganz oben, weil wir sie für andere Sachen brauchen, aber das ist ja ein Test. Und dann kann man nämlich noch in der Mitte die Bühne separat hochfahren. Zwei Bühnen, einer. Ah, geil. Praktisch. Voll. Also ich weiß nicht, also ich finde, es ist ein Video wert separat, weil so als Startschuss, wenn man es jetzt einfach so gemacht hätte, wäre auch doof. Auch die Werkzeuge sind ja alles neu, oder? Ja, alles Sonic. Geil. Und das ist ja jetzt das Höchste, was wir so haben, weil das Heck ist jetzt ganz hoch. Das sieht ja relativ weit hinten, weil jetzt sind wir ganz weit hinten auf der Bühne und da ist das Tor ja drüber. Jetzt können wir mal gucken, wie weit wir hochkommen. Krass. Ich meine, das ist jetzt schon auch echt hoch, also weil ich gehe jetzt hier und 1,90 m, gehe ich jetzt so drunter her. und dann bis auf. War easy. So was feiere ich, ne? Nice. Das ist geil. Du musst nicht mehr mit diesem Magnet-Ding da rumhalten. Ja, aber es ist gemacht, es ist ja quasi gemacht dafür, dass man hier Videos dreht. So, wo wird man, weil du erwartest, dass das nicht hier ist. Ich denke die ganze Zeit, wir sind woanders, aber wir sind bei uns. Ja, dann kommen noch Bilder und so Sachen dazu, also es wird alles schicker und schöner. Dann springen wir zu dem Part, wo ich mit den Jungs noch quatsche, die von Sonic. Das geht's. Ja, dann sagen wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das heißt, hier haben wir auch noch, wenn das Papier hier durchgezogen ist, sauber geputzt ist, muss es auch weg. Ja, das war das Allergeilste. Habt ihr euch hier für einen Mülleimer entschieden? An jedem Arbeitsplatz. An jedem Arbeitsplatz. Das heißt, ich habe einen Mülleimer. Sebastian! Das muss ich ihm gleich nochmal erklären. Der versteht dieses Prinzip, nämlich nicht von Mülleimern, um noch Sachen rein zu tun. Und dann muss ich ihm nachher noch erklären, dass ich dann nachher... Wenn der mal voll ist, kann ich ihn rausnehmen. Das muss man ihm dann aufzeichnen. Dann machen wir eine kleine Zeichnung, wie er diese Bewegung so macht. Und dann muss er das wegbringen. Das müssen wir ihm noch erklären. Aber das kriegt er hin. Und dann haben wir Luft. Hier haben wir euch Luft reingemacht, Schlauchaufroller. Und hier haben wir noch einmal Strom. Du musst noch einmal einen Stromstecker dran. Dann könnt ihr halt 10 Meter lang... Beide sind 10? 15 Meter. Genau. 10 Meter. Und hier oben haben wir auch nochmal Stromabnahme. Das ist alles so clean. Das ist krass, ey. Alles so versteckt. Hier haben wir nochmal die Variante mit drei hohen Schubladen. Und hier haben wir dann nochmal Strom reingemacht. Also ich freue mich bei der Werkstatt wirklich so doll wie bei einem Auto. Mehr als bei einem Auto. Weil das einfach... Das ist jetzt unsere Werkstatt. Das ist für mich eigentlich sehr, sehr, sehr schwer vorstellbar, dass das wirklich unser Ort sein wird. Das ist so unwirklich. Und vor allen Dingen, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das schnallt, aber stelle ich mal hier hin. Haben wir vielleicht eine Aufnahme von früher so hier, ne? Die man so... Klima bestimmt irgendwas. Guckt euch mal an, wie breit diese Werkstatt ist. Und dadurch, dass die Wand weg ist und die große Bühne hinten, wie viel da mehr dazugekommen ist. Das sieht aus wie in einem anderen Raum. Sag mal, sag mal über die Kamera. Ja, es sieht aus wie in einem anderen Raum. Genau. Habt ihr es hinbekommen mit der Bühne? Ihr erinnert euch an unsere wunderschöne Geschweiße. Und auch für... Guck mal, wo wir angefangen haben bei dieser Firma, ne? Das muss man ja kurz wieder hier so ein bisschen sentimental, aber so ein bisschen ausholen. Das war natürlich eine riesige Investition, dieses Gebäude zu machen. Und die Investition in mein geglaubtes Talent war das so ein bisschen, weil wir waren eigentlich nicht in der Lage, das zu stemmen. Sondern meiner Meinung nach muss man immer investieren, damit es vorwärts geht. Und dann haben wir diese ganzen... Dieses Schränke, dieses ganze Zeug, haben wir bis vor ein paar Tagen aus selbstgesägten Holzbrettern gemacht. Und haben wir da von den Bekannten uns Edelstahlplatten drauf machen lassen, damit es so aussieht wie sowas. Und es hat auch bis vor ein paar Tagen, hat das ja auch noch geklappt. Und das waren unsere Arbeitsplatten, Arbeitsbänke. Und jetzt sowas so zu sehen, ist einfach verrückt. Und dieses Bedienteil, was wir hatten von unserer Bühne, war dieses selbstgeschweißte Etwas, was in vielen Videos immer wieder zu sehen war. Und jetzt ist das einfach in der Wand. Genau, wir haben es euch in der Wand reingemacht. Wir haben mit dem Stubenbohrer die Löcher genauso auf die Knöpfe angepasst. Das hat dann eine schöne Optikeimer. Genau, dann müssen wir halt nur noch umfolieren, ne? Also genau, wir folieren uns dann noch einmal um. Was man auch weiß, wo man dann drauf drücken muss. Dann hat man es einmal schön. Und auch hier unten haben wir euch euer Aggregat reingemacht erstmal. Ja, ja, ja. Geil. Schläuche kommen raus, gehen ins Aggregat rein, ist alles weg. Nichts stört mehr. Euch geht auch nichts von der Arbeitsfläche verloren. Nein, 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 nein. Dass das so integriert ist, alles so clean, das ist einfach krass. Das ist Hammer, ne? Was für dich das größte Argument für Sonic? Das größte Argument für Sonic, einmal das Produkt natürlich. Aber was am Produkt? Was am Produkt? Die Qualität. Ja, aber... Wie gesagt, große Materialstärke, 1,4 Millimeter, das ist schon richtig, also, weißt du selber, das ist richtig Material, das ist nicht ein Dünnblech, sondern das ist richtig fun. Dann kommen wir hier zu unserem TÜV-Arbeitsplatz. Das ist hier unsere TÜV-Prüfstelle, ist das nämlich hier. Ja, freut sich der Engel. Mit Bühne. Aber damit es so aussieht wie ein Porn, müssen wir jetzt noch ein bisschen Gas geben. Ich danke dir. Wirklich, vielen, vielen, vielen Dank. Danke euch auch. War eine schöne Zeit hier bei euch, hat Spaß gemacht zum Aufbauen, war sehr lustig. Am Samstag haben wir wirklich schön langen Quatsch, haben wir schön Zeit verpleppert. Ja, ein bisschen, aber war auch sehr vom Ablauf her auch zufrieden gewesen. Ja, sehr, 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 sehr. Also, ihr wart immer schneller als gedacht. Ja. War wirklich, jeden Tag war mehr als geplant. Weil, ihr müsst euch überlegen, das ist ja auf Video auf Video, was hier gerade passiert. Und das war für die Media-Abteilung Stress, weil wir mussten ja ganz viel anderes Zeug produzieren. Wir haben dir das nicht hinbekommen, oder mitgekriegt, weil es hat genau 14 Tage gedauert. Nee, 12 Tage. Aber wir sind noch nicht ganz fertig zu diesem Zeitpunkt gerade. Deswegen vielleicht sind es auch 14 Tage. Das kann auch sein. Das ist jetzt hier eine Zeitphase. Ich danke dir, dass du vorbeikommen. Auch viel Spaß mit dem Sonic-Werrschaft-Wagen. Boah, Moni. Boah, Moni. Boah, Moni. Hast du schon reingeguckt, Flo? Nee. Nein. Ich glaube noch nicht, oder? Nee, ich glaube noch nicht. Warte, warte, warte. Wir machen es so. Wir machen es so. Wir machen direkt Porn. Nur von dem Werkzeugwagen. Okay, los geht's. Krass oder krass? Also, mega. So wird sie nie wieder aussehen. Aber das ist auch okay, denn es ist ein Arbeitsgerät. Wir haben es dokumentiert, wie sie aussehen. Das habe ich den Jungs auch schon erklärt. Das ist okay. Sie wird nie wieder so aussehen. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, warte. Die Schublade wird so nicht aussehen und aus einem folgenden Grund. Ich bin hier. Ich bin das Hauptproblem, glaube ich, an dieser Werkzeugkiste. Ja, das hat auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Da war Armando aus dem Häuschen. Ja. Der war aus dem Häuschen. Wäre aber nicht. Das ist schon echt ziemlich geil. Aber wir hatten noch eine größere. Die eine, die ist so groß. Wir haben noch, also das ist jetzt unsere S12er. Wir haben noch eine S13, S14 und eine S15. Und die S15 hat diese Größe hier. Wie dieses Schrankmodul. Halt nur auf Rollen. Voll bestückt. Aber das wäre überhaupt ein LKW oder wer braucht das? Das nehmen meistens Schrauber, die alleine schrauben. Die eine Bühne haben. Stellen Sie sich die dann vor der Bühne hin, weil die hat auch eine etwas höhere. Genau, mit Edelstahlplatte. Und dann kann er halt seine Teile drauf ablegen. Ah, nee, also das ist schon echt eine Mordskiste. Ihr habt da schon eine sehr große Kiste, eine Meter Länge, überfugziger Tiefe. Und schwarz. Und schwarz auch. Weil das ist eigentlich Edelstahl. Wurde auch schwarz pulverbeschichtet. Weil es sollte hier nirgendwo mehr Edelstahl zu sehen sein. Nee, das stimmt. Weil ich kann es einfach nicht ab. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen die S12er mit Edelstahl. Edelstahlplatte und ihr habt es dann halt ein bisschen modifiziert. Genau. Okay. So, jetzt gucken wir weiter. Bis gleich. Yo, Manni. Ja. Da ich Chef gerade nicht auffinden kann und ich ein Ende brauche für das Video, willst du noch ein paar Worte zu einer neuen Werkstatt sagen? Neue Werkstatt? Bombastisch. Man muss sich erst mal komplett neu dran gewöhnen. Ja. Am ersten Tag bin ich erst mal wieder rausgegangen, geguckt, ob ich überhaupt richtig bin. Das Beste an der neuen Werkstatt. Ja. Ich kaufe die Bühne. Die Bühne? Okay. Welche Vorteile haben wir? Wir haben andere Bühnen, neue Bühnen, mehr Bühnen. Wir können auch mal ein Auto zusätzlich noch mit auf die Bühne nehmen. Müssen nicht sofort wieder alles runterschieben. Sauberkeit. Armando, willst du noch was sagen? Mach das Ding aus. Krasser Unterschied zuvor, es wirkt viel ordentlicher auf jeden Fall jetzt auch. Ja okay, willst du mal tschüss sagen? Ja dann, ciao. Bis Montag. Sag mal tschüss und bis Montag. Armando. Was? Verabschiede dich. Ja okay, jetzt sagst du es einfach tschüss. Okay, tschüss und bis Montag. Sehr gut. Bitte. Ja okay, jetzt sagst du es einfach tschüss.